Hallo und herzlich willkommen zu... nicht... Space Engineers. Wir... äh... äh... wow, mein Gehirn funktioniert von vornherein sehr gut. Willkommen zu Empyrean, Galactic Survival. Ähm... das ist eine Serie... das soll eine Serie werden, die... mehr oder minder regelmäßig kommt. Allerdings... sehen wir nach da oben... bin ich gar nicht alleine. Und ich sollte weggehen, bevor der mich umbringt. Du wärst genau da gelandet, wo ich... äh... wo ich war. Und... Tara ist heute bei mir. Einer. Einer. Ähm... was... was ist unser Ziel hier? Wir wollen Dinge tun. Das Ding ist, wir haben beide nicht sehr viel Ahnung. Wir haben uns das Game mal angeguckt. Es ist eigentlich sehr lustig von den Mechaniken her. Macht echt Laune. Und... wir haben aber noch nie einen Planeten verlassen oder sowas. Und... weil's halt so dämlich ist, dachten wir, wir gucken uns das mal an. Und machen einfach mal. Und erobern die Galaxie oder was weiß ich so. Hey, yeah, Galaxie erobern. Ja, das ist voll cool. Ähm... Wir haben so mittlere Schwierigkeitseinstellungen. Wir haben... Ach, wo war's Inventar? Tab, ne? Ähm... Ähm... Und Gewichte. Ähm... was das Forschen angeht. Wir sind zu zweit. Wir sollten nicht beide alles forschen am Anfang. Jep. Ich... Würde jetzt einfach mal... So... so hirnseitig... Äh... gucken, dass... Ich auf die Bodengleiter gehe. Dass wir zumindest schneller Zeug abbauen und transportieren können. Wäre jetzt... Wäre jetzt so mein Gedanke. Wir können den, glaube ich, gar nicht abbauen. Können wir gar nicht. Der hat auch... Der hat auch genau keine Kollisionen, der Drop-Bot. Uhu. Falls du dich erinnerst, äh... Wissen wir, glaube ich, dass in diesem Spiel genau nichts Kollisionen hat. Stimmt. Außer der Boden. Da war ja was. Da hatte nicht... Nicht viel Kollision. Ähm... Level 2 erreicht. Ich hab zwar noch nichts getan, aber ich hab Level 2 erreicht. Okay, nice. Ähm... Gehen wir mal in irgendeine Richtung? Ja. Welche Richtung? Machen wir Norden? Gehen wir mal nach Norden. Gehen wir Norden. Und dann bauen wir nebenher auch ein klitzeklein wenig Eisen ab. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, da wir halt nur begrenzt Zeug tragen können... Sollten wir es mit dem Meinen noch nicht übertreiben. Dinos. Oh. Hallo, ich hätte Pflanzenprotein gern. Danke. Ich hoffe, dass die Performance bei mir einigermaßen läuft. Normalerweise läuft Empyrean mit ein paar wenigen Prozent Auslastung. Allerdings rendere ich momentan ein Video nebenher. Weil sonst ist der Tag halt ein bisschen kurz. Okay. Was haben wir hier? What are you? You are gar nichts. You are... Resource. Ja, genau. 260 irgendwas. Oh, ich hab einen Wrack gefunden. Das gibt Material. Und was ist das? Das ist Kupfer. Das ist Kupfer. Kupfer ist gut, weil wegen Ammo. Da war was. Wreckage. Ah, was sagt denn... Okay, ich hab noch eine Menge Platz im Inventar. Gut. Ah, soll man das schon mitnehmen? Bin mir da gar nicht so sicher. Ah, ja. Inventar und so. Ich... Ähm... Ich geh mal in den Verteidigungsmodus. Da sind Käfer unterwegs. Ich weiß nicht, ob die uns sofort feindlich sind. Ich lauf einfach mal näher hin. Ja, der mag mich nicht. Pisser. Ja. Hast du den zweiten leergeräumt? Ja. Okay. Ähm... Moment. Wie war das? Wir haben da vorne Ressourcen. Richtig? In 160 Metern. Mal gucken, was das ist. Weil wir brauchen ja am Anfang eine Menge Eisen. Wenn das ein Eisenvorkommen ist, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir da in der Nähe... Ne, das ist Kupfer. Okay. Ja, Kupfer ist auch wichtig. Aber nicht so wichtig. So. Ist nochmal, äh... Eins Gemüse. Eins Gemüse... Äh, Gemüse ist auch. Wir müssen echt gucken, dass wir von vornherein mit unseren Ressourcen ausreichend haben. Besonders was Essen angeht. Sonst könnte es echt problematisch werden. Und, äh... Ich brauche was zum... Äh... Portabler Konstruktor. Den kann ich noch nicht herstellen. Ach, weil wir den vermutlich erst freischalten müssen. Ja. Ja. Wo ist denn ein diverses... Ja. Portabler Konstruktor. Freischalten. Und ich gucke dann direkt mal... Oh. So, von vornherein... Wir können Pistolen herstellen. Dann können wir zumindest Basic-Waffen machen. Okay. Dann forsche ich mal in den Bodengleiter rein. Ja. Direkt. Das brauchen wir. Wir brauchen... Ah, viel mehr kann ich hier noch nicht. Hm, Scheinwerfer. Wasch ich das auf? Base... Kyropox. Jo, ich lasse dich jetzt mal das Base-Zeug machen. Wo bist du? Ja. Aber du bist hier. Ja, ich... Bin irgendwo. Kupferortslager. Okay. Das wird ja auf der Map markiert. Ja. Das ist noch mal Asen. Und da vorne hat es noch mal eins Gemüse. Hallo, Gemüse. Pflanzenkram. Pflanzenkram ist wichtig. Und da haben wir... Süßstoff. Dino sieht böse aus. Der sollte normalerweise... Wenn man ihm nichts tut... Genau. Ist der nämlich freundlich. Man sollte ihm nur nicht hinten in den Schwanz reinrennen. Hast du das ausprobiert? Nein, aber er sieht so aus, als will ich das nicht ausprobieren. Oh, lass mal gucken. Rennen wir... Ne, wir rennen in kein... In kein gegnerisches Gebiet in der Richtung. Wenn wir uns Richtung Norden bewegen. Kein gegnerisches Dorf. Ja. Hat es zumindest mal nichts was... Da sind noch mal kleine... Alien-Spinnen. Ja. Ja. Miet. Ja, da ist eine Menge Fleisch drin. Oh, das verfällt aber bald. Das, was ich habe. Das Fleisch. Machen sie vermutlich auch. Perish Time 9. Ja, da bin ich auch. Ich glaube, das hat grundsätzlich nur 9 Minuten. Okay. Aber immer noch kein... Größeres Eisenvorkommen? Nö. Her. Ich sage mal, Kupfer in der Nähe ist ja schön und gut. Mehr Spinnen. Würde ich im Moment mal noch gar nicht hingehen. Was kommt denn da, Maps, hätte ich... Wenn ich jetzt da gucke. Wer will jetzt nach... West-Nordwest gehen. Kommen wir theoretisch an so einen kleinen See... Also so die Richtung. Du, ich habe ein Iron Deposit auf der Karte. Du hast ein Iron Deposit auf der Karte? Ja. Direkt neben den Escape-Pots. Ja, Tatsache. Jetzt sind wir schon weiter weg. Und vor allem ist das halt direkt an der Grenze von Gebiet, das nicht uns gehört. So richtig. Das ist die Frage. Wollen wir das? Ich weiß nicht. Gehen wir mal Richtung dem See? Oder Oase oder was ist das? Loadmap? Das Wetter ist jetzt auch nicht so, als ob ich das gern haben will. Ja, das ist so ein typisches Montagswetter. Verteidigungsmodus. Ich bin tot. Du wurdest von Alien-Insekt erschlagen. Danke. Okay. Elf Minuten und ich bin das erste Mal gestorben. Echt jetzt? Äh, es sind ein paar. Da muss man echt aufpassen. Die sieht man nämlich nicht so gut. Im Gras. Au. Es hat dich verletzt. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin bald genug weg. Okay. Mein Rucksack habe ich wieder. Komm her. Okay, wir sollten echt zeitnah gucken, dass wir an Bewaffnung rankommen. Da. Ja, die Schlaggrafwarte verdienen ist. Schrecklich. Sehr weit. Einfach nur schrecklich. Ja, und schrecklich. Einfach nur ja. Was sagt mein Inventar? So viel habe ich noch gar nicht. Das ist okay. 318 Kilo trage ich mit mir rum. Plant Fiber. Ich sollte mich vielleicht halten. Ja, das ist in der Regel hilfreich. Jetzt passen wir auf. Hier in dem Wald. Wald ist cool, weil da gibt es Holz. Holz ist wichtig für ein Überleben. Ja. Gibt es auch noch einen hohen Plant Fiber. Mhm. Und da hat es nochmal Kupfer. Eishauties. Hey. Den Süßstoff, den lasse ich jetzt mit Absicht noch stehen. Ist ja nicht so, als hätte ich schon genug mitgenommen von dem Zeug. Ja, das ist irgendwie. Geht's hier? Du gehst in einen dunklen Wald. Also nicht ganz, aber. Oh nein. Ach nee, Eisiger Wald heißt. Da wartet der böse dunkle Wolf auf uns. Nee, ich hatte gerade Call of Duty Black Ops 3 im Hinterkopf. Die Story. Ah. Du gehst in einen eisigen Wald. Oder vereisten Wald. Boah, ich müsste es echt nochmal zocken. Das ist schon Jahre her. Du gehst in irgendeinen Wald. Ja, irgendwas mit Wald. Und Schnee drin. Das hier wäre doch fast nice für eine Base, wenn es hier Ressourcen heilt, oder? Wir werden schon wieder angegriffen. Insekten, Viecher. Zuh. Mal hin. Neben die einiges und Flasch. Das ist richtig. Was kriege ich denn aus Knochen? Ich würde mal, ich würde jetzt mal tippen auf nichts. Äh, vollkommen korrekt. Es gibt einfach nichts. Das Terrahia, also der Pflanzenwuchs ist jetzt nicht unbedingt so, dass man viel sieht. Aber es ist hübsch. Ja. Uh, das ist direkt, das ist ein Biomübergang hier, ne? Uh. Das will sich ja anbieten. Das sind andere Dinos. Und vor allem hat es da, guck mal, wie viel Gemüse es da unten hat. Das wächst halt alles nach mit der Zeit, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Und wir wären in der Nähe von einem, ich würde eigentlich gerne irgendwie an den Berg ran da drüben. So base-technisch. Wir müssen es ja irgendwo niederlassen. Ja. Wir brauchen eine Niederlassung. Eintritt, Ceratops. Ja. Ressourceninfo, Container. Er heißt einfach Dinosaurier. Das ist, das ist sehr großartig. Dinosaurier. Nice. Finde ich jetzt schon eine ziemlich klare Aussage. Nicht. Hm. Hm. Hier? Ich weiß nicht. Oder da zwischen den, zwischen den großen Steinen. Und dann den Tritianatops das Haustier nehmen? Oder wie? Ich weiß nicht, ob der so happy da drüber ist. Was sagt denn die Map, wenn wir hier sind? Viel Berg. Oder wir gehen weiter nach, ähm, nach Osten. Da kommt ein, ein See, ein großer, also so ein richtig großer. So ein fernliches Gebiet. Oh ja, tatsächlich. Okay, dann vielleicht nicht. Hm. Dann vielleicht doch hier am Berg. Hier sind wir nicht Wasser für irgendwas gebraucht. Nee, ne? Ich glaube nicht. Im Moment nicht. Ich glaube im Moment, also ich wüsste nicht, dass man Wasser für irgendwas zwingend benötigt. Lass mal gucken, was hat's da vorne? Gehirnblumen. Gehirnblumen. Gehirnblumen, ja, stimmt. Da war was. Ich würde fast ein bisschen außerhalb der Bäume bleiben, die wir ja irgendwann eh als Ressourcen brauchen. Aber hier ist nice. Auf der Lichtung hier? Ja. Ich sehe einen Planet. Kai. Da oben ist Kai. 75 astronomische Einheiten. 5,5 astronomische Einheiten. Nein, ich weiß nicht, wie viel eine astronomische Einheit ist. Zumindest nicht auswendig. Ja. Aber ja, ich denke, das ist cool hier. Mhm. Das gefällt. Mach mal bitte einen portablen Konstruktor. Ich habe noch gar keinen produziert. Und dann brauchen wir ebenso die Notfallzelte. Ich kann kein Notfallzelt bauen, weil ich zu wenig Pflanzenfasern habe. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ach komm, Konstruktor. Produzier dich schneller. Ich bin Level 3. Dann kann ich zumindest mal ein bisschen Zeug freischalten. Ich benötige zwingend. Ich kann auf einen Bodengleiter, könnte ich jetzt schon einen Kühlschrank erforschen. Hm. Ich weiß nicht, ob ein Kühlschrank jetzt schon Sinn macht. Nö. Das Schwebesystem macht Sinn. Das Gewichts wegen. Und der Holzvollernter. Vollernter. Das macht auch Sinn. Ich kann zumindest mal Holz abbauen. Dann brauche ich nur die passenden Frachtcontainer dafür. Containerkontrollelement. Erze und Holz. Dann habe ich noch sechs Punkte übrig. Schubdüsen. Ah, ein Detektor. Klar. Detektor. Detektor ist wichtig. Stimmt ja. Okay. Hätten wir mal das. Konstruktor, bist du fertig? Nice. Okay. Konstruktor hingestellt. Okay. Ja. Wir konnten, nur einer konnte den benutzen. Ja. Aber da wir ja theoretisch beide einen haben. Du kannst ja auch einen herstellen. Solltest. Cannot access portable constructor other faction. Stimmt. Sehr gut. Da war ja was. Ja. Es erinnert uns an etwas Wichtiges, das wir vergessen haben. Fraktion. Okay. Wie war das? Ich kriege das nochmal hin. Human Gründen. Äh. Das sind natürlich die VPI. Weil Fraktionskürzel. VPI. Okay. Du bist ein Kandidat. Ja. Jetzt bist du ein Mitglied. Yeah. Nice. Hey. So, jetzt solltest du den auch benutzen können. Ja. Das geht jetzt. Sehr gut. Okay. Ähm. Die Frage ist, wir haben sehr viel Holz. Sollen wir zum Bauen der Base. Erstmal Holz benutzen. Ja, das klingt nach einer Idee. Das klingt doch richtig nach einer Idee. Ja. Das heißt, ich baue mal kurz einen Baum ab. Ich habe das Holz. Drei. Drei Holz. Immerhin. Weil dann würde ich gucken, dass ich einen Gleiter baue mit einem Vollernter, dass ich das Zeug ein bisschen zügiger abbauen kann. Ja. Ich habe schon mal zwei so Motorbike-Kids-Dingens hergestellt. Das ist gut. So. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich das Zeug für einen Gleiter einfach so herstellen oder was brauche ich? Oh, wir brauchen viel Zeug. Motor, Elektronik. Was brauchen wir denn dafür? Für das ganze Zeug. Motor. Brauche ich Elektronik. Für Elektronik brauchen wir... Ah. Ah. Wir brauchen Silizium. Da war ja was. Eisenkupfer, Silizium. Da war was. Okay. Ähm. Ich mache hier mal einen Marker auf der Map. Das ist eine gute Idee. Markername Home. Und den darfst du mir auch gern auf dem Hut anzeigen. Genau. Bestätigen. So. Ja, der wird mir jetzt auch angezeigt. In gelb. Nice. Okay. Ähm. Würde ich dich mal an die Base lassen und ich suche Silizium? Ja, können wir machen. Guter Plan, ne? Okay, ich gehe suchen. Oh nein. Können wir... Äh, Moment. Da gibt es doch den... 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 Den Scanner. Genau, den Detektor. Benötigt... Ah, der benötigt gar nichts. Okay. Den stelle ich mir her, dann kann ich wenigstens nach Zeug scannen. Wieso haben wir das nicht früher gemacht? Gehirn. Wer braucht schon sowas? Das Witzige ist, auf die Idee wollte ich... Wollte ich dich vorhin gerade ansprechen, aber ich kam nicht dazu. Oh, schön. Schön, dass das funktioniert. Mhm. In 609 Meter und 520 Meter, wo wir herkommen, ist was. Ich gehe mal gucken. Oh, ich sollte auch unterwegs was zu essen machen. Was braucht man für die... Ectronics, Computer, Optical Fiber. Äh, ich vermute mal, da verbrauchen wir Silizium. Oh, stimmt. Aber, äh, ich weiß, was ich tun wollte. Ähm, wo war denn das? Um... Um eine Base-Structure anzufangen, brauchen wir erstmal Zeug. Überhaupt. Brauchen sie Zeug? Das funktioniert ja hier so ein bisschen anders. Das ist richtig. Ähm... Ich habe Einheimische gefunden. You discovered a new faction. Sind die... Sind die cool? Talon Warriors. Die sind grün. Hm. Also wenn wir denen nichts tun, sind die cool mit uns. Okay. Nice. Hier hat's... Äh... Kupfer. 342 Meter. Lass mich doch mal gucken, was da ist. Das ist ein Stein. Moment, um eine Base zu starten, brauchen wir dann auch das Silizium. Richtig? Ja. Äh... 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 Okay. Uh... Bin erschöpft. Da leuchtet was. Äh... Äh... What? Ich habe einen Konvoi gefunden. Oh. Aua. Der schießt auf mich. Der ist feindlich. Ich bin tot. Zirachs. Äh... Ich habe unsere Gegner gefunden. Ah, schön. Gott sei Dank hatte ich im Inventar genau nichts. Äh... Äh... Hm. Respawn near your death location. Oder respawn at settlement. A-Rim. Ähm... Wie weit ist das von zu Hause weg? Ich weiß nicht, wo das ist. Oh. Das ist schlecht. Äh... Wir haben noch keinen Respawn-Punkt. Nee. Ich probier's mal. In der... Nee. Aggressiver Dinosaurier. Okay. Ähm... Rennen. Gerne. Rennen. Ich habe Silizium gefunden. Drei Silizium hat's. Ähm... What the... Okay, ich finde lauter coole Dinge. Und ich werde schon wieder angegriffen. Sag mal. 500 Meter von zu Hause weg. Gehen. Hier hin. Gucken, dass ich weit genug weg bin, dass ich nicht mehr angegriffen werde. Okay, die... Wreckage und der Konvoi... Ähm... Sind uns nicht freundlich gesinnt. Das heißt... Das heißt... Mindestens wissen wir es jetzt. Wir gehen nicht nach... Äh... ...nach Osten. Aber ich habe immerhin neun Einheiten Silizium gefunden. Das könnte vielleicht sogar reichen, um mit der Base anzufangen. Eventuell. Vielleicht. Das ist wieder Kohl. Mhm. Pflanzen, Protein. Ich kann was zu essen herstellen. Zumindest ein bisschen. Hast du irgendwas... ...gefunden? Vorerst noch nichts. Hier ist ja noch nicht so viel. Okay. Der Vorteil... Wir haben die uns freundlich gesinnten Talon... ...zwischen den Sirax und uns. Das ist gut. Das heißt... ...bevor die zu uns kommen... ...kriegen die sich mit jemand anderem. Das ist taktisch gesehen... ...äh... ...ziemlich... ...äh... ...ziemlich gut. Allerdings... ...Hinlo. Hinlo. Ich werfe dir hier mal... ...Silizium rein. Jo. ...und gehe dann... ...in die andere Richtung. He's gonna do a thing. Gott, das will nicht. Ich seh schon Gespenster... ...zwischen den Bäumen. Ich weiß nicht... ...ich weiß nicht... ...ich weiß echt nicht... ...ob wir hier in dem Wald... ...überhaupt was finden. Silizium-seitig. Aber ich hoffe es... ...es wird halt besser... ...erst... ...sobald wir entsprechende Fahrzeuge haben... ...wo wir schneller von A nach B kommen. Da ist ein Stein. Ist das nur ein Stein? Das ist nur ein Stein. Wow, ich hab noch nie... ...so wenig Ressourcen gefunden. Also, ist nicht so... ...dass ich's schon oft probiert hätte, aber... ...was zum Teufel ist das? Oh, Bären. Cool. 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 Da ist ein rotes, leuchtendes Spinnenvieh. Weiß nicht. Ich glaub, ich bleib da weg. Würde ich dir empfehlen, ja. Ich weiß nämlich auch nicht, was das ist. Das ist immer toll, wenn man... ...keine Ahnung hat. Ja. Okay, ich hab nochmal ein klein wenig Silizium gefunden. Allerdings findet in Richtung Westen... ...der Detektor genau nichts. Pflanzenprotein. Hey. Da ist immer noch... ...da vorne leuchtet irgendwas. Sieht aber nach Blume aus. Es bewegt sich nicht. Ja, Knospen. Ich bin jetzt 800 Meter von zu Hause weg. Und ich finde... ...aggressive Dinosaurier. ...die Gott sei Dank relativ weit von mir weg sind. Äh... Was denn? Diese rote Spinne... ...ist jetzt bei mir. What? Was will die bei dir? Keine Ahnung, aber sie ist weniger stark, als ich dachte. Echt? Es geht. Ich hände ein bisschen mehr aus wie diese Alienviecher. Was geht. Ja, okay. Dann ist es ja... ...eher entspannt. Ja. Okay. Ähm... Ähm... Ach komm schon, gib mir irgendwas. Sag mal, als wir unsere... ...Testwelt gespielt haben... Mhm. War das wegen dem Tutorial... ...dass wir so viel gefunden hatten? Das ist gerade so eine ganz üble Vermutung von mir. Möglich. Oh, oh. Alien-Insekt. Ach, Storby. Danke. Und da ist noch eins. Alter Schwede. Die... Die Viecher, die machen ordentlich Schaden. Ja. Und die haben ordentlich Reichweite. Ja, haben sie. Darf ich mal erwähnen, wie hübsch der Nachthimmel ist? Das sieht echt toll aus. Ich finde insgesamt, dieses Spiel sieht wirklich, wirklich schön aus. Ohne... Ohne Flachs. Sieht man nicht jeden Tag. Ja. Da unten hat es wieder... Das sind wieder Talon. Ja. Talon Warriors. Die sind relativ chillig. Vor allem gucken sie einen nur blöd an und laufen dann weiter. Oh. Ich habe ein Ei. Hast du ein Ei gelegt? Nein, gefunden. Nicht gelegt. Ich kann viel, aber Eier legen kann ich nicht. Hm. Ich bin kein eierlegendes Wollmilchschaf. So. Schaf. Ach, egal. Wollmilchschaf. Ja. Schafe sind voll toll. Die sind flauschig. Ich bin jetzt über ein Kilometer von zu Hause weg. Das könnte so ein bisschen dauern jetzt. Unterirdische Vorkommen. Simply no. Es passen übrigens, äh, nur vier Blöcke ins Inventar. Äh, da... Dafür brauchst du dann diese Verbindungsmöglichkeit zwischen dir und dem Inventar. Man kann's da bauen. Ah. Ah, Alienbug. Spinne. Greift mich an. Beziehungsweise, ich greife sie an. Okay, sie steckt eine Menge ein. Scheint aber eher vor mir zu flüchten. Okay, was gab das? Alien-Zähne. Fleisch. Alien-Teile. Okay. Nehme ich. Da hat's nochmal ein Ei. Okay, jetzt nehme ich mal eine andere Route. wieder nach Hause. Und guck mal, ob ich da noch was finde. Wie sieht's denn materialseitig aus? Was brauchst du? Momentan eigentlich... nichts. Also zum Basebauen jetzt an sich eigentlich nimmermehr so viel. Okay. Ich muss sowieso erstmal Platz schaffen, damit ich weiß, hm. Wir haben ja in der Testwelt festgestellt, dass der... in Anführungszeichen Generator Radioaktivität ausstrahlt. Das ist richtig. Ich wusste nicht, dass wir in einem Universum leben, in dem man... in dem ein Motor keine... kein CO2 ausstößt, sondern... radioaktive Strahlung. Oh nein, und ich staub gleich. Was ist denn passiert? Ich hab kein Pflanzenprotein... ...und ich hab Verbrennungen. ...und ich werde verfolgt. Das ist böse. Ja. Ich seh schon, das ist ne Spinner. Wollen Sie Sterbegeräusche machen? Ja. Ich hab noch 10 Gesundheit. Schön, dass du überlebt hast. Noch 2 Gesundheit? Tod. Schön, dass ich überlebt hab. Ich bin gestorben an Blutverlust. Manche Kreaturen kommen in verschiedenen Farben und Größen. Na nett. Okay. Wo ist mein Backpack? 78 Meter. Ich bin Gott sei Dank von den komischen Dinosauriern so weit geflüchtet... ...dass die nicht mehr da sind. In der Dinosaurier mehr? Hehehe. Dachte ich. Also immer noch da. Ja, das sind relativ kleine. Die erinnern mich an Raptor. Aber halt gleich 3 Stück. Einer down. Und das macht mal aus. Komm schon. Also die Baummaterialien sind fast gratis. Echt? Ja, das ist so billig. Ja, jetzt im Moment noch. Ja. Komm, du kriegst aus einem Holz 50 Woodplanks raus. Und, äh... Ja. Ja, okay. Mit einer Woodplank kannst du einen Woodblock machen. Ja, okay. Okay, die Dinosaurier sind down. Und... Ich habe eine Menge Fleisch. Also wir können die Base ruhig auch aus Konkret machen. Oh, das ist... Oh, was brauchst du dafür? Einfach nur Stein. Das ist sehr gut zu wissen, weil Stein haben wir... Habe ich so viel gefunden. Dann machen wir... Einen Stein kriegt man ja... So, wenn ich ja weiß auch, wenn man... Einfach nur... Grabt. Echt? Kriegst du da... Ja, aber erst hat man gewissen Tiefe, glaube ich. Ja. Aber die Steine, die so rumstehen, die einfach nur Steine sind, die kann ich dann einfach mitnehmen. Dann haben wir Baumaterial. Wir haben einen fetten Berg vor der Haustür. Wenn der nicht Steine gibt, weiß ich auch nicht. Ach, stimmt. Ja, den übersieht man. Der ist jetzt nicht so groß. Auf einmal übersieht man den. Plötzlich übersehen. Neuer Film von... Irgendwem. Ja, mindestens. Was bist du? Uh, ich habe Gewürz gefunden. Uh. Hm. Und mehr von diesen Talon-Typen. Oder wandern die. Das kann auch sein. Und da hat es nochmal einen Stein. Da muss ich nämlich gleich mal gucken, was mein Inventar sagt. Mein Inventar sagt, Volumen 134 von 500. Alles gut. Alles gut. Gut. Was ich aber tun sollte, naja. Ich habe... Durch den Natural Sweetener kann man essen. Dann gibt es wenigstens ein bisschen Gesundheit zurück. Bin nämlich leicht verletzt. Nicht gut. Ja, jetzt habe ich wenigstens wieder 161. 161. Oh nein. Da hat es einen ganzen Haufen aggressiver Dinos. Da gehe ich nicht hin. Gehe ich gesehen. Bieren. Oh, da hat es noch mehr Dinosaurier. Okay, da hat es relativ viele davon. Ich hoffe nur, die folgen mir nicht. Sieht aber ganz gut aus. Was ich übrigens Positives berichten kann, ich habe neun Bären gefunden. Aus denen kann man bestimmt irgendwas machen. Ich weiß noch nicht, ob es gut ist, aber ich sage einfach, dass ich neun Bären gefunden habe und fühle mich jetzt gut dabei. Ja, hör auf zu sterben, weil du zu wenig atmest. Ja, wenn man den Bergfelsen abbaut, kriegt man Crushed Stone heraus tatsächlich. Okay. Gerade ausprobiert. Uh, da ist ne Base. Es wird ein bisschen voluminöser als in der Testwelt. Da hatten wir ja nur diese verrottete Funkbase da umgebaut. Ja, stimmt. Spoiled Food haben wir. Ja, das Zeug wird schlecht. Da ist ein Motorrad drin, das kannst du dir mitnehmen. Hey, Moped. Moped. Warum ist mein Inventar... Oh, das Moped belegt ne Menge Inventarplatz. Tatsache. Dann... Es wiegt ja auch 60 Kilo. Ja, schon. Okay. Das heißt... Ein Block hat, glaube ich, sogar mehr. Ein Block hat 70 Kilo. Ich habe doch einen Haufen... Ich habe 46 Freischaltungspunkte. Ich denke, damit kann man mal... Du hast so einiges an XP gekriegt durch das Rumrennen. Ja, ganz genau. Lass mal gucken. Das brauche ich im Endeffekt nicht. Ich gucke, was ich brauche. Ich forsche mich jetzt einfach mal so in ein bisschen in die Hover-Dinger rein, dann habe ich Zeug. Passagiersitz. Passagiersitze sind gut. Zusätzliche Triebwolke. Waffen. Für den Fall der Fälle. Acquired for modular containers. Ja. Und eine... Einen Kühlschrank. Genauso wie... Generator und ein größerer Tank. Ich habe noch zwei Punkte übrig. Was kann man mit zwei Punkten tun? Ach ja. Nichts. Oh, ich könnte... Wir könnten jetzt sogar schon... Oh, ich kann Panzerung freischalten. Leichte Panzerung. Ich bin jetzt mal so frei und mache das. Kann ich die... Können wir die hier schon herstellen? Ähm, ich würde mal unser Fleisch in gegrilltes Steak umwandeln. Ja. Einfach, dass es ein bisschen länger hält. Ach, das... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. So, was haben wir denn noch? Ähm... Kittenzer... Ah, genau. Leichte Panzerung. Gebe ich auch zwei Stück in Produktion. Genauso wie... Pistolen. Und... Nitrozellulose. Was brauchen wir für Nitrozellulose? Das weiß ich doch nicht. Nicht, dass ich da jetzt irgendwas verbrauche, was wir nicht in... Mengen haben. Ah, Pflanzenfasern brauchen wir dafür. Na gut. Das können wir. Ähm... Oh. Nein. Ähm... Zwei, drei, vier... Ja, ich denke, das sollte reichen. Okay. Ich habe jetzt gerade mal drei Steaks reingepfiffen. Äh... Heilt zwar immer noch nur so halb, aber... Ich bin zumindest wieder ein bisschen gesättigt. Weiß das, vier Sternen. Okay, damit kann man dann viel bauen. Sehr, sehr viel. Weil ich vermute mal, dass man aus einem Stern, äh... 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 Einen Crushed Stone irgendwie 50 Stone Dust draus kriegt. Lass mich raten. Einen Stone Dust pro Block? Ja. Aber das wäre nicht schlecht, denn können wir... Nee, 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 nee. Fünf und... Nee, zwei Stone Dust pro Block waren wir zwei Stone Dust, äh... Pro Zement besucht. Ah. Warum haben wir eigentlich nur einen portablen Konstruktor? Weil ich noch am Bauen bin. Ja, bau dir doch einfach... Bau doch einfach einen zweiten. Gims. Ich dachte, wäre das... Wäre vielleicht hilfreich. Oh, Konstruktor... Ich kann keinen herstellen, ich hab keinen Eisenarzt. Oh, apropos Eisenarzt. Wie gut sind wir denn damit versorgt? Wohl eher nicht, ne? Geht so. Ja, dachte ich. Ich kann keinen bauen, musst du machen. Du kannst keinen bauen? Ja, ich hab'n nicht freigeschalten. Ach so. Gerade keine Pumse. Ja gut, das kann ich ja tun. Äh, Eisenarzt. Ähm... Eins, zwei, drei. Dann baue ich halt einen portablen Konstruktor. Das ist ja kein Ding. Und die Sonne geht langsam auf. Das ist sehr gut. Die Sonne geht langsam auf. Komm schon, mach meinen Konstruktor fertig. Das dauert echt lang. Aber Base-Position, warte mal. Ich will mal auf den Berg hochrennen und gucken. Oh, da ist eine Spinne. Eine Mini-Spinne. Spinne-Spinne. Ja, die heißt sogar Spinne. Ach. Das meinte ich mit rote Spinne. Oh. Okay, das ist die kleine. Nein. Also die, die ich meinte, die war so zehnmal so groß. Okay. Und ich dachte erst noch, wo ich die bekämpfe, so, hä, du hattest doch gesagt, die ist gar nicht so... Jetzt wär's doch mal rum. Ja, das ergibt jetzt Sinn. Uh. That's a Outlook. Ah, erst das Alien-Insekt. Erdingsend. Erdingsend. Die Alien-Insekten. Aha. Aha. Ah. Ich bin tot. Eine ganze Horde Alien-Insekten. Wie oft bin ich jetzt halt gestorben? Das ist das vierte Mal jetzt, glaube ich. Warum, warum ich? Weil du rumrällst. Ja, ich denke, das ist eine... eine wahre Begebenheit. Dass ich der bin, der rumrinnt. Du bist tot. Du nicht. Komm her. Du bist da noch eins. Ja, da sind noch weh. Du hast mich... Du hast mir schon sofort wieder wehgetan. Die Viecher haben eine Reichweite. Das ist nicht mehr feierlich. So. Paar Alien-Insekten weniger. Gucken wir halt gleich, ob da noch mehr sind. Nope. Oh. Gucken wir mal hoch auf den Berg. Also ich. Der Tara ist ja nicht da. Na, kann man... Kann man das hart ausmachen? Ich glaube nicht, ne? Äh. Schade. Aber gut, dann machen wir das ohne was in der Hand. Dann würde ich mal sagen, bedanken wir uns fürs Zusehen. Huch. Ja. Ist das schon so was? Wir sind in einer Stunde. Äh. Äh. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe... Ja, euch... euch interessiert, was wir hier tun oder nicht. Sag ich. Wir. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss. Tschüss. Oh. Auch. Cheers. Und... Vielen Dank.